Hallo und herzlich willkommen hier zu Call of Duty Ghosts. Wir spielen Team Deathmatch. Ich bin jetzt einfach mal mittendrin eingestiegen. Ich muss die Tasche höher kommen. Hier. Jetzt ficke ich euch. So. What the fuck, überall sterben hier unsere Leute. Nur nicht so ganz Sinn der Sache hier. Wo auch im Huni? Feindlicher Oracle, Vorsicht! What the fuck, wie viele Gegner standen denn da bitte? Ähm, naja, ich vermüch die AX mal mit. Fuck, ich hab nur drei Max immer. Das ist ein bisschen, äh, wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Fuck, ja, man sollte nicht angehitchtet einfach irgendwo durch die Gehen laufen. Feindliches Adcom gesichtet. Feindliches Adcom gesichtet. Ich hab mich an, nein, 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 nein. Oh, ich hab mir wieder geguckt. Ich hab mir wieder ge geht. Ah, wähtöd, welch? What the f**k, auf einmal schatter hinter mir Lassen wir hier zurück und nachladen Ich höre einfach überall Schritte Mein Ah fuck Den letzten habe ich leider nicht mehr bekommen Aber ich habe gerade eine SATCOM am Start Und wir latschen mal hier nach oben Wir haben die Führung verloren Abschuss des Führenden Habe ich den noch getötet? Habe ich den noch getötet? Ja, sieht so aus 6-6 hier So, latschen wir mal Ja, hier hoch geht leider nicht Bitch Verstanden So, latschen wir mal hier um die Ecke Auch schon wieder kein Gegner What the fuck Ah, tschuldet die Rakete Satcom-Verbindung aktiv Also, die über die Ecke Naah 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 Daah Ohohoho, sitzen die da zu dritt. Was für Assis, ey. Was für Assis, ey, was für Assis, ey, was für Assis, ey. Ohohoho. So, meine Freunde. What the fuck, woher können die denn wissen, wo ich bin? In Orbital? Na, Satcon? Ja, du Lutscher. Ohohoho. 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 Ohohohoho. aussehen what the fuck zehn zwölf ja ist ja ganz okay für meine verhältnisse würde ich mal so behaupten ja wir zocken jetzt so hier ein ründchen team deathmatch ich habe halt nur so ein ausrüstungsdingen freischalten das ist super kann man das dinge auch mit offener visierung spielen nein mit dem aco g könnte das dinge auch ordentlich reinhauen bräuchte ich aber schneller zielen egal ich habe aber flicke fänger nicht drauf das ist mies schlückchen coca cola product placement und los gates 1 go erst mal in ruhe nachladen und run 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 was machen wir so sind die bäckerei nein so sind die bäckerei einscher 1 2 1 2 2 2 3 2 3 5 Wir liegen in der Führung. Feuerwehr! Der war schon weg. What the fuck? Wow! Wir haben die Führung verloren. Werfen keine Nutze! Feuerwehr! Brücke Bord! Willige Schuhe! Hahaha! Komm zu nem Nut und schleicht sich von hinten an. Unbelievable! Ich habe gerade gar nicht mehr einen Satcom benutzt, das ist mir gerade aufgefallen. Aber es ist mir sowas von Latten egal. Verbündete Satcom aktiv! Wir haben die Führung! Wir haben die Führung! Wir haben die Eisenanlage! Feindliche Satcom gesichtet! Oh! Ja, was ey, weißt du, Quickscoper-Hurensohn! Weißt du, ihr habt alle kleine... Dieser Drecksrund! What the fuck! Fuck! Voll die Raging Folge! Feindliche Satcom gesichtet! Wir liegen in Führung! Wo liegen wir denn mit den Führungen? Ich bin voll der Noob, ey! Wechsel der Flugger ziehen! Wechsel vor! Wechsel der Flugger! Wechsel der Flugger! Wechsel der Flugger! Wir fliegen da. Wechsel der Flugger! Ich finde, die können ja nicht schaden. Wenn ich das so sagen darf. Fuh, water. Das ist okay. Okay, ist hier die Bäckerei hier? Schabe, keine Muni mehr. Dann gehe ich jetzt also gleich sofort drauf. Mit dem Revolver kriege ich gar nicht. Wie man sieht, ich kriege mit dem Revolver gar nichts hin. Ich komme mit dem Revolver gar nicht klar, wie ihr seht. Wie gut, ey. Wir gewinnen diesen Kampf. Verbündete Satcom aktiv. Verbündete Satcom aktiv. Ich bin mehr so russisch ab, Stauber. Ah, was? Ist doch überkrass, ey, ja? Okay, 7, 9. Das geht ja noch. What the fuck? Durch die Wand, oder was, ey, Lutscher? Was ist denn? Munition aufhebeln? Achtung, feindliche Vorräte. Feindliche Satcom gesichtet. So. Who are you? Gut gemacht, Team. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Was? Krass, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, der Hund. Macht den Last Kill. Ich habe wieder genauso viel Spaß wie ich mit dieser Folge. Ich fand sie echt genial eigentlich so, dieses Team Deathmatch. Und ja, ich freue mich, wenn ich wieder einschalte, wenn ich wieder Call of Duty Go spiele. Haut rein, bis zum nächsten Mal.